Eine der häufigsten Fragestellungen meiner Klienten ist es, wie kann ich das, was ich mir so sehr wünsche, als Ziel gesetzt habe, verwirklichen in mein Leben holen. Und hier gibt es eine wichtige Erkenntnis, dass positives Denken alleine nicht ausreicht, sondern es bedarf noch des negativen Denkens und ich zeige dir heute warum. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Hub-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern auch Professional Coach. Das heißt, ich liebe es, Menschen in ihren Prozessen hin zum Ziel auch zu begleiten. Der Trainings-Literatur- und Coaching-Markt ist voll von Angeboten zum Thema positiven Denken. Und dennoch sind so viele Menschen nicht erfolgreich, wenn sie nur positives denken. Und das liegt daran, dass sie nicht ganz genau wissen, was das Wort positiv überhaupt bedeutet. Wenn der Pilot den Co-Pilot fragt, ob der Motor da draußen brennt und der Co-Pilot sagt, ja, positiv, der brennt, dann ist es ziemlich negativ, würden die meisten sagen. Positiv an sich heißt also nicht gut oder schlecht, sondern heißt bejahend, der Motor brennt. Auch wenn du zum Arzt gehst und einen Test machst, Corona oder Aids-Test und der ist positiv, dann ist es eigentlich schlecht. Zusammenfassend also positives Denken heißt nicht immer, dass du gut denkst, sondern dass du etwas bejahst. Albert Einstein hat einmal gesagt, dass wenn du mit den gleichen Methoden dir andere Ergebnisse wünschst, dann grenzt es an Wahnsinn. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn du deine Erfolge heute noch nicht erreicht hast, dann sind deine Methoden, mit denen du bisher vorgegangen bist, nicht geeignet, deine Erfolge jemals zu erreichen. Deshalb ist es so wichtig, dass du negativ, also verneinend denkst, dass du auf die Suche gehst, was du bisher in der Vergangenheit gemacht hast und zur Erkenntnis kommst, das war nicht zielführend. Davon gilt es sich zu trennen. So hart es auch klingt, wenn du wirklich deine neuen Ziele erreichen willst, die du bisher noch nicht erreicht hast, dass es zunächst den ersten Schritt von dir erfordert, dein Bestandsdenken in Frage zu stellen. Negativ zu denken, einfach ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich habe bisher noch nicht so gedacht und deshalb nicht so gehandelt, dass ich die Ergebnisse im Leben habe, die ich mir so sehr wünsche. Danach beginnt sicherlich das positive Denken, dass du zu dir selbst ein Glauben entwickelst, dass du zumindest das Denkpotenzial hast, das neue Denken zu entwickeln. Denn auch das alte Bestandsdenken, was du bisher hattest, hattest du zum Zeitpunkt als Baby, als Kleinkind auch nicht. Du hast es erst erlernt. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, das alte zu verlernen und das neue zu lernen. Wenn du also glaubst, dass du das Potenzial hast, Neues zu erlernen, Neues zu denken, auch dann wird es erst möglich sein, auch neue Ergebnisse zu erzielen. Und der nächste Schritt ist dann, auch diesen Glauben erstmal zu entwickeln. Auch wenn du noch gar nicht weißt, wie das neue Denken aussieht, dass es zumindest möglich ist, dass du das neue Entdecken entwickeln kannst und dann ein neues Verhalten entwickeln kannst, was dann deine Ziele verwirklicht. Walt Disney hat gesagt, alles, was du dir dann vorstellen kannst, wenn du also Möglichkeiten gefunden hast und darüber nachdenkst, das kannst du auch umsetzen. Deshalb ist der vierte Schritt auch die positive Erwartungshaltung, dass du also genau dich darauf sicher verlassen kannst, sobald du den Gedanken formuliert hast, dass die Umsetzung nur noch eine Frage der Zeit ist. Bis hierhin kannst du den Prozess so ein bisschen vergleichen mit deinem Computer. Wenn du also eine alte Windows-Version, eine alte Office-Version drauf hast und du kannst damit nicht mehr arbeiten, du erzielst nicht die Ergebnisse, die du so gerne wünschst, dann schmeißt du sie runter und installierst eine neue. Das ist ein ähnlicher Prozess. Bei uns Menschen jedoch ist es so, dass wir die alte Software nicht so einfach löschen können. Sie bleibt vorhanden. Deshalb ist hier negatives Denken gefragt hinsichtlich der alten Denkweisen, Bestandsdenken, denn die dürfen formatiert werden. Du kannst dir also so ähnlich wie beim Computer vorstellen, dass du einmal nicht nur die alte Software, dein altes Bestandsdenken auf der Festplatte hast, sondern du hast noch die neue Software. Das, was du als neue Möglichkeiten dir ausgedacht hast und die Erwartungshaltung hast, dass es sich umsetzt. Die Herausforderung, die wir Menschen nur haben im Gegensatz zur Maschine, dass beide Softwareprogramme da sind. Und dummerweise ist das Gehirn leichter, die alte Software abzuspulen. Deshalb ist es ein Kampf, hier oben zwischen den Ohren, die neue Software zu manifestieren, zu priorisieren und die alte Stück für Stück abzubauen, bis sie dann sich erledigt hat. Die gute Nachricht ist, wenn du es also geschafft hast, negativ zu denken zu deinem alten Denken, dann kannst du als nächstes positiv dazu übergehen, dass dein Gehirn absolut lernfähig ist und wie die Wissenschaftler herausgefunden haben, bis zur letzten Sekunde deines Lebens, bilden sich neue Neuronen und du kannst Neues verknüpfen, also Neues lernen. Und das wird zusammengefasst in dem Begriff KLUW. Konstant lernen und wachsen bis zur letzten Sekunde. Dieser lebenslange Lernen und Entwicklungsprozess, der ermöglicht es dir tatsächlich, die alte Denkweise, was du negiert hast, was dich eben nicht zu deinen Zielen gebracht hast, abzulösen durch neue Software. Aber dieser Prozess ist ein fließender Prozess, Du kannst heute noch nicht zu einem Chirurg gehen, zu einem Elektroschocker-Bediener und das alte Wissen wegmachen und das neue einspulen. Es ist ein fließender Prozess, wo das alte abbaut und das neue zunimmt. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann stehen wir dir von der X-Group gerne zur Verfügung, denn wir haben nicht nur Berater, sondern auch viele gute Coaches, die dir genau bei diesem Prozess Unterstützung geben können. Gerne kannst du also jetzt nicht nur Daumen hoch machen bei dem Video, unseren Kanal abonnieren, sondern vor allen Dingen auch Gebrauch machen von unserem kostenfreien Erstgespräch, um zu erfahren, wie wir dir helfen können, deine Ziele zu verwirklichen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.